hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an wie man in microsoft excel daten transponiert sozusagen zeilen und spalten vertauscht bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die dadurch diesen kanal unterstützen und jetzt starten wir los wenn du daten in einem excel arbeitsblatt drehen möchtest verschwende keine zeit damit das manuell zu tun excel bietet dafür eine praktische transpose funktion an die die aufgabe schnell und einfach erledigt transponieren bedeutet dass etwas in einem anderen bereich übertragen bzw verschoben wird in excel meint das transponieren dass der inhalt einer tabelle von einer zeile in eine spalte oder vice versa verschoben wird die funktion erspart einem jeden eintrag mühsam einzeln oder mit formeln kopieren zu müssen die transponieren funktion ist seit excel 2013 fest integriert sehen wir uns dazu ein beispiel an dieses beispiel besteht aus einer umsatz statistik die uns artikeln vor a bis e auf die einzelnen monate darstellt als währungsbetrag nun möchten wir diese darstellung in folgende darstellung überführen und zwar die einzelnen monate in den zeilen und die entsprechenden artikel in den spalten um das durchzuführen benötigt es im ersten schritt eine markierung des entsprechenden datenbereichs anschließend muss dieser kopiert werden dazu kann das mit der tastenkombination STRG-C erfolgen als nächstes klicke ich in jene zelle in diesem arbeitsblatt in dem ich oder wo ich das einfügen möchte und zwar in diesem fall die zelle C14 und muss zu guter letzt noch im menü auf start in den bereich zwischenablage einfügen und erhalte dann ein untermenü das uns nun viele verschiedene möglichkeiten darstellt das entsprechende symbol für transponieren ist dieses hier und zwar mit dem pfeil nach unten und dem pfeil nach rechts ich bestätige dieses und erhalte nun die entsprechende darstellung wie unten angeführt ich hoffe ich konnte euch damit zeigen wie ihr daten relativ einfach transponieren könnt falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach einen kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und freue mich wenn ihr auch im nächsten video mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg